Wer ist gedacht, oh ich bin Gamer, wer ist gedacht, du leiner Flamer, nimm dir mit Maus ne Tastatur, heute geht es ab, hier ist Action-Tour. Wer ist gedacht, oh ich bin Gamer, wer ist gedacht, du leiner Flamer, nimm dir mit Maus ne Tastatur, heute geht es ab, hier ist Action-Tour. Hallo Leute, ich bin's, der Terror-Doster-97. Ja, und heute Battlefield 3, die Koop-Mission Operation Exodus mit dem GTS-Spektrum. Hallo! Hallo! Ja, wir spielen hier gerade irgendwie auf so einem riesigen Platz. Ist das der Benina-Platz? Hast du eine Ahnung? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Nein, sicher nicht. Sieht so aus. Naja. Ja. Lade-lade-lade-lade-lade-lade-lade-lade-lade-lade-lade-lade-lade-lade. Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht. No, jetzt habe ich zwei Chevlets. Das ist natürlich Hammer. Lade. So. Und jetzt... Ey, Klaus, du bist schon die Sachen oder was? Was ist das hier? Ja, ich bin mir nur die Schnippen. Ja, ja. Hätte ich auch gesagt. So, da kommen die feindlichen Speer oder dahin. Hau mal so uns. Ich gehe mal hier unten hin, gell. Köln Schultzen für die Oberkratie Nr Oral wie die Aussagen er ist die gerade echt gar nicht jetzt wackelt ob ein Bildschirm mit wie das Licht am Spiel oder das ist mal kommt Fernseher Prozent 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 mit Begrüßung als ich jetzt gerade alle Weckow Nobho da aber die Bauer er steht mit der Pampa ich würde die Laufbein war es abg-feuer Prozent 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 wenn sie Multiplayer wenigstens so wäre es sei ein aber singen muss sie mir gut mach's kaputt Junge Oh Ey das hat einen Knall gegeben Hä? Wo denn? Wo denn? Das hat sich jetzt geiler gehört Huch Fliegen hier die Werbungsflyer durchs Gesicht Meine Fresse Werbugs Hä? Achso Ja ist Seidens des Gedöns Die sind gerade gerade gar keine Gegner mehr Auch da kommen sie Durch die Lächern Die waren noch in der Softbar Haben sich da ein Cocktail bestellt Sag ich da ein ernsthaftes Softbar? Ich weiß es nicht Kann doch sein Die Softbar ist die Ecke Scato Meat Trading Steht da jedenfalls Ja mein Zweibein von dem MG stand jetzt ziemlich geil da Oh Da kommt die jetzt hier von drüben wieder Ja ich lege Min Du 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 Ich mag Min Achso ja das ist Wahnsinn Oh gib mir mal bitte Feuerschutz Ja Alter Alter Ey weißt du wie viele hast du das? Eine Zwei brauchen ich wenigstens YouTube YouTube Ja da ist immer doch einer siehst du Das machst du da Oh ich bin gleich Alter Ah Bitte So nicht mit ihm Wembo Jugo Wembo Was ich glaube ich über den Treff Hä? 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 Das haben wir eigentlich für den Messer Das ganz normale Küchenmesser oder Ja das ganz normale Küchenmesser So So Ich hab Min dabei Aus Solingen Welches ist Messer? Doch ein Smiley Wie heißt das nochmal? Hier weißt du das? Damask Messer oder Damaskus? Ach ne Damaskus glaube ich weniger aber Damaskus Damaskus Welches Messer meinst du? Oh wie dabei ist es der? Wo dabei ist es der? Hä? 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 Welches Messer alter? Meinst du das Messer Oder meinst du jetzt das Premium Messer? Weil das heißt ACB90 Ach nein Ich mein Da gibt's so Messer halt Die sind übelst teuer und halt übelst gut Und haben so ne Sehen aus wie so Marmor Oder haben halt so ne Naja so ne komische Struktur halt Die heißt die Die kommt so Das ist schön scharf Ja echt Bis klar Ja Finger mitgeschnitten Ziemlich lustig Das ist Doch echt Ah ich will die ganze Zeit ein Minipack kaufen aber Ich bin ja kein Sturmsoldat Jetzt Rambo Jugo Rambo Hä? Achso Also du musst nur einmal Messer das sind die schon dort Sind die schon dort? Wir haben nur auch freigeschaltet Yeah Wie doch hä? Gehst du grad ab meine Güte Ne das ist irgendwie die gleiche wie vorhin keine Ahnung weiß nicht warum Ach 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 Ja wir hatten das vorhin schon mal versucht und hatten ein bisschen gefailt Gar nicht Äh Äh Das war auch schwierig Das war Das war Das war Mindestens 10 Das war ne riesige Klapperschlange Das ist doch so geil Insider 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 Das war einfach mindestens 10 Klapperschlange Das waren mindestens 10 Das war ja Das war ja 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 Wir lachen uns die kaputte und die denken sich was wir dann haben Und Ist egal Und ich Aber das ist ein Lügel gehört Dead 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 Zählst zu lustig wer die abgestürzt Sie kommen Sie kommen Sie kommen Sie kommen D Sie kommen Sie kommen Ich gebe ein paar Speerfeuer und ich hoffe dass ich ein Treff Loll habe ich jetzt mit dem MG die Palme umgelegt die Schnellen Jürgen wird in den O.L. ich treff grad nix sie sind auf die Treffkarte irgendwie gar nix ich weiß nicht was ich mach alter dann kommen sie wieder hoch sind die so gepiepst hast du es gehört? ich habe eine Präzision von 0,8 äh wo sie sind das? daran wie ich spiele oh ich habe schon ich habe Servicestar freigeschaltet echt? für was? einfach insgesamt der große Servicestar denke ich mal hä? ok keine Ahnung ne 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 oh jetzt erdbebt es wieder ich rote hier einfach mal rein ich hoffe ich erwischt jemanden also wie ich stell die Mg immer leer sind alter scheiß mal auf die 100 Schuss viel mehr da 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 weh äh wie Stesque 새ar wie soll das ist der scheiß Panzer das dritte mal jetzt also er ist aber voll aus als ob sie eine seit schießt dann noch immer ein Vater sagte weil ich war alles kaputt stimmt doch gar nicht ich möchte ach so aber kommt jetzt aus der Böschung und ich habe es natürlich nachladen geht er auch es heißt ein er soll zurückziehen Vögel so abflugbereit verschwinden sie hier Jo um er sagt er soll er das US-Kämpfe teiligen und dann komischerweise so muss doch verpissen es macht die Nachtschicht er es macht die Nachtschicht einsteigen da oder was schießen Siegesgeheul so ja Leute es ist jetzt wir verabschieden uns mal und sagen ach warst du schon ja ja wir sagen tschüss so Untertitelung des ZDF, 2020